jetzt sind wir angekommen hier am zoologischen garten in berlin tierpark am zoo ja und dieses übelst voll aber schönes wetter mega angenehm die kinder sind schon an der kasse stelle ich mich jetzt zu unternehmer rein auch lieb ich hab dich auch lieb juna zu uns noch ein boller war einmal boller war so ich nehmen so jetzt könnte schieben ab nach da ab nach da lang nach da da lang und los elefanten stinkt was ist denn das für ein tier sieht ja komisch aus ein Tarkin ein Tarkin ein Tarkin ist doch ganz klar sieht man total er ist total faul Meili siehst du noch was ne war nur der da hinten mhm mhm was ist das da oben ist Kunst ja weh mal in hier in das Ding mhm hier auch guck mal hier das sieht nicht aus wie du ey oh Gott da ist ja gar nix dran die Behne ey das ist ein Stöcker das bin ich krass ey dass das jetzt stehen kann Hier. Heftig, oder? Ui, hier riecht es aber. Lecker. Schaffst du das? Wo sind denn jetzt hier die Giraffen? Jetzt sind sie doch wieder draußen. Hm, da. Da sind die Ohren, Miley. Schicht, Miley. Doch, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie. Jetzt ist sie. Na klar ist der Dick. Wir müssen dich auf uns anessen. Echt? Ist doch Winter gewesen. Guck mal, wie nah er hierher kommt. Guck mal, wie nah er hierher kommt. Guck mal, wie nah er hierher kommt. Und du bist kein Affe? Nein. Ich finde schon, dass du ein Affe bist. Oh. Na, jetzt doch, wa? Da haben wir jetzt tausend. Guck mal. Ich bin wirklich der. Ich bin wirklich der. Ich möchte aber essen. Der soll essen, ne? Oh. 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 Die für zu Hause? Oder? Ja. Ist doch niedlich. Mach mal kaputt. Schauen wir mal, ja. 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 Ich möchte mich schon packen. Jetzt ist der Affe, der ganz Senfgelb trägt. Oh. 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 Das war nicht so gut. Ich möchte auch. Ja. Aber nicht, 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 nicht. Ich möchte festhalten. Komm her. Haben wir am Markt? Ja. Du musst da auch eigentlich aufrufen. Du hast doch schon. Aufrufen. Los. Und jetzt hier rein. Genau. Oh. 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 Wenn Süß diese so Mulanen holen. Oh. Now it's good. Oh. Oh. Aaah. Oh. Oh. Ne. Oh. Wow. 3 Stunden reichen, oder? Jetzt heißt es nach Hause vor Ort. Nein, nein, ich kann nicht mehr. Ich bin müde ohne Ende. Nein, danke. Ich habe schon genug Pakete zu Hause. Nicht noch eins. Ich kann dir meine Zeit, wie sie gemacht sind. So, los, weiter. Ab. Keine Zeit mehr, mein Parkticket. Mein Parkticket läuft ab. Oh, nice. Wir sind zurück zu Hause. Und Anna hat hier schon wieder Bücher bestellt. Kochbücher für den Thermomix. Liest du ab sofort Kochbücher, ja? Was? Liest du ab sofort Kochbücher? Ja, das ist meine Abendlektüre. Pizza, Pasta, Viva Italia, Österreich. So kocht Österreich. Das ist meine Abendlektüre. Oh, lecker. Gleich die erste Seite. Das sieht lecker aus. Rindfleisch mit Rotwein. Das mal gleich machen. Direkt Hunger, ey. Und wo denn? Tintenfischsoße. Oh Gott, alles klar. Aber ich habe hier jetzt schon Wasser im Mund. Du hast Wasser im Mund? Na ja, Spucke. Und da? Mein Spielhaus zum Setzen. Hilfe, hier ist eine Tür. Guck mal, hier ist eine Tür. Schaffst du? Ey, Koffer. Krass, krass, ey. Bei Ikea-Möbeln hast du dich hier einfach eingesperrt. Hallo. Ja, aber das ist ja nicht. Eingesperrt. Bist eingesperrt? Hier ist doch aber eine Tür. Hier ist doch eine Tür, Mädels. Hey, hier wird jetzt hier noch nicht erspielt. Mama ist noch nicht fertig. Aber was ist cool, Enkel? Mit Türen und allem? Oder ist das alles aufgemacht? Fenster. Hammer. Cool. Oh, hier ist eine Schicht drin. Ich bin auch nicht eingesperrt. Na gut, dann mach es mal. Und so ist cool. Morgen, ja, dann... Meinen wir das morgen, Mädels? Ja. Heute könnt ihr damit spielen und morgen fangen wir das dann an zu bemalen und zu bepflegen, okay? Okay. Das ist jetzt echt geil. Oh, wir haben sich jetzt mal und glich jetzt bei Juna im Bett. Ich wollte euch noch einen schönen Tag wünschen. Danke für die Zuschauer. Ich freue mich. Koffi hat jetzt ein bisschen Spaß. Spinnekopf. Ja, das war mein kleiner Vlog heute und ich werde berichten in den nächsten Tagen. Gibt es auf jeden Fall ein paar coole Vlogs am Start bei mir und bis bald. Wir haben es jetzt übrigens schon, wie spät? 21.10 Uhr. Kacka Wurst. Kacka Wurst. Kacka Wurst. Ciao. Kacka Wurst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.